Aber wenn man sich mal Ihren Lebensweg so anguckt, Metzger, Geselle, richtig mit Brief? Ja, ja, richtig mit, mit sehr gut. Wirklich? Ja, ich habe meine Metzgerlehrung mit sehr gut angeschaut. Was war denn das Gesellenstück? Ähm, ja das gibt es ja, ist ja nicht so wie beim Schreiner. Ach so? Ja. Naturdamm oder Kunstdamm? Ähm, in diesem Falle war es, also da zählen verschiedene Fachbereiche dazu, also ich habe eine superleckere Fleischwurst gemacht. Ja, logisch. Die habe ich mir aufgehoben, die hängt noch bei mir an der Wand.